Bevor das Video beginnt, erstmal vielen, vielen Dank für über 200.000 Abonnenten hier auf YouTube. Das ging einfach so schnell, also wirklich danke an jeden. Und als Dankeschön für die 200.000 Abonnenten, da habe ich mir gedacht, ich verlose dreimal 50 Euro PSN, Xbox, PaySafeCard, was halt die drei Gewinner haben wollen. Um mitzumachen, müsst ihr einfach nur einen Kommentar unter diesem Video schreiben und euren Insta-Namen dazu, damit ich dann die Gewinner anschreiben kann. Also ja, macht alle mit und an jeden, der noch nicht abonniert hat, ihr könnt gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, los geht's mit dem Video. Also, heute hatte ich mal eine echt dumme Idee. Ich spiele am PC mit dem Controller und ich habe mir gedacht, ich werde meine Grafik so niedrig stellen, wie es geht. Also, ich werde heute mit den allerschlechtesten Grafikeinstellungen, die möglich sind, spielen. Bin echt mal gespannt, wie das dann alles im Spiel aussehen wird und ob ich überhaupt einen Gegner damit erkennen werde. Oder ob ich vielleicht sogar, wenn es gar nicht so schwer sein wird, einen Sieg hole. Naja, hier ist erstmal der neue Shop. Es gibt zwei neue Skins, finde ich auf jeden Fall richtig geil. Und ich sehe gerade, mein Creator-Code wurde wieder entfernt. Also, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr rechts hinten im Shop meinen Creator-Code eingehen würdet. Arianfn. Der wird immer nach 14 Tagen entfernt. Also ja, falls ihr den Code benutzt, schaut immer nach, ob er dann noch da steht, rechts oben. Aber ja, dann würde ich sagen, ich werde jetzt meine Grafik komplett auf niedrig stellen. Ihr seht schon, ich habe hier alles auf episch. Okay, erstmal Qualität auf niedrig. Und 3D-Auflösung. Auf das niedrigste, was geht. Anwenden. Und. Okay. Ich schaue mal meinen Spind an, die Skins. Okay, das sieht schon echt nicht so geil aus. Ja, ich werde jetzt einfach mal eine Solo-Runde starten. Also ja, mal schauen, wie es gleich im Spiel aussehen wird. Und ob ich die Gegner dann überhaupt richtig erkennen werde. So, ich bin jetzt hier im Spiel drin. Und es ist einfach alles komplett verpixelt. Okay, wo lande ich denn als erstes? Komm, ich gehe einfach mal direkt erste Runde tiltet. Ich versuche überhaupt erstmal einen Kill zu schaffen. Alter, ich glaube, auf weite Distanz werde ich keinen Gegner erkennen. So. Alter, ich finde den neuen Skin so geil. Aber leider kann man den jetzt nicht so gut erkennen. So. Da ist schon mal ein Gegner. Alter, ich kann einfach keine Waffen erkennen. Okay, über mir ist auf jeden Fall einer. Okay. Okay, einen Kill habe ich schon mal. Und da hat er eine Schatzkarte dabei. Oh nee, der Schatz ist viel zu weit weg. So, ich hole mir hier noch ein bisschen Holz. So, liegt hier vielleicht noch irgendwo eine Pump. Ah, da höre ich noch einen Gegner. Nice, eine Pump. Ah, hier ist auch jemand. Oh. Der wollte sich hier die Kiste holen. Ach komm, ich lasse die Schatzkarte einfach liegen. Die benutze ich jetzt eh nicht. So. Oh. Oh, Gegner. Ich habe noch von irgendwo anders gesnipet. Hatte der irgendwas von irgendwo hier? Stipe jemand auf mich. Ja, ich kann leider nicht so viel erkennen. Ah, da ist er. Hey, was hat der denn gemacht? Oh. Ich konnte nicht weiterlaufen. Also, es läuft halt alles ganz normal, komplett flüssig. Nur, sieht halt nicht so geil aus. Oh, aber das tut auch irgendwie in den Augen weh, Alter. Das kann man sich nicht anschauen. So, ich baue mich mal einfach hoch. Ich habe eh Hängegleiter. Und ich schaue mal, ob ich Richtung Loot Lake irgendwas sehe. Ich kann nichts erkennen. Ich schieße mal ein bisschen rum, damit vielleicht jemand kommt. So, komm. Ich gehe mal Richtung Dusty. Ah, da sind welche, oder? Ja. Ich sehe nichts. So, die müssen eh zu mir kommen. Irgendeine Zone. Ich kann nicht sehen, ob da jemand ist. Ah. Ah, da snipt jemand auf mich. So, komm her. Ja. Ja. Easy. Wo? Ah, hier. Das trifft es einfach nicht. Klein aber fein hörst du. Klein aber fein. So. Hä, wie wir nicht leben haben jetzt. Die Loot Drops. So, Rocket Launcher spiele ich eh nicht. So, da könnten auf jeden Fall Gegner sein, aber ich kann halt nichts sehen. Ah, da ist einer. So. 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 ww. Deswegen. So. So. 00. So. 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 Nur 10 Kills zu schaffen. Siege sind mir eigentlich komplett egal. Siege kann jeder schaffen, das ist ganz einfach. Man kann immer mit zwei Kills gewinnen. Oben will auf jeden Fall einer. Alter, der mit seiner Diegel. So, jetzt komm her. Wer hat jetzt High Ground? Was, das war der letzte? Ich wusste gar nicht, ich dachte es lebt noch einer. So schnell Loser-Tanz. Also ich hoffe euch hat das Video gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne einen Daumen noch umlassen. Und vergesst nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Creator Code ARINE fertig vergessen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.